Wir sind spielende, nähende, bauende und musizierende, theaterbegeisterte, geschichtensammelnde und glückssuchende. Wir sind über 100 Menschen, die sich für das Theaterprojekt Das glückselige Leben engagieren. Im August und September 2019 verwandeln wir Drogen in eine Theaterbühne. Auf einem Theaterspaziergang bewegst du dich im Publikum durch unser Arkadien und triffst auf Figuren, die sich mit dem großen und kleinen Glück beschäftigen. Warum kommt das Glück immer dann, wenn man gerade nicht zu Hause ist? Wenn das Glück nur für einen Augenblick währt, was fangen wir mit dem Rest der Lebenszeit an? Sind immer nur die anderen glücklich? Vom Bühnenbild über den Text bis zu den Kostümen Seit Monaten entwickeln die professionellen Theaterschaffenden zusammen mit uns die Inszenierung. An Herzblut, Leidenschaft und Motivation fehlt es uns keineswegs. Allerdings, die Kreation einer Ura-Führung fordert viel, was auch bezahlt werden will. Nur mit deiner Hilfe können wir die letzten Löcher stopfen und dieses einmalige Projekt vollständig realisieren. Schlussendlich ermöglichst du dir selber als Zuschauenden einen Theaterabend der ganz besonderen Art. Unterstütze uns. Werde ein Teil des Projektes. Hol dir ein Stück vom Glück. Genau. Genau. Genau.